Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen Der Alltag Teil 14 Es ist früh am Morgen. Die Sonne geht auf. Am Strand sind alle Sonnenschirme noch zugeklappt. Die Sonnenliegen lehnen an den Sonnenschirm. Die Geldbörse ist randvoll mit Münzen. Die Geldbörse ist schwarz und hat silberne Bügel. Sie lässt sich nicht mehr schließen. Vor dem Jungen liegt ein Haufen Münzen. Er stapelt die Münzen zu einem Turm. Auf dem Holzbrett liegen verschiedene Käsesorten. Vor dem Käse steht ein Topf mit Honig. Im Honig liegt ein Honiglöffel. Die Eltern und ihre Kinder sind im Wald bei den Tannenbäumen. Alle haben rote Mützen auf. Die Frau hält den Korb an einem Henkel fest. Im Korb sind rote Weihnachtskugeln. Es liegen verschiedene Tabletten auf dem Tisch. Sie haben unterschiedliche Formen und Farben. Die Tabletten bilden ein Herz. Die Briefkästen hängen an einem Stahlgerüst. Sie haben unterschiedliche Farben. Auf den Deckeln der Briefkästen stehen Wohnungsnummern. Die Menschen sind in einer Bahnhofshalle. Sie eilen alle auf den Ausgang zu. Einige tragen Rucksäcke, andere tragen Taschen. Der Vater und seine Kinder sind im Zelt. Die Mutter sitzt vor dem Zelt. Der Vater öffnet eine Dose. Die Mutter hat einen Löffel in ihrer rechten Hand. Die Frau hatte eine Operation. Sie sitzt im Rollstuhl. Der Arzt erklärt ihr anhand eines Bildes vom Herzen, was ihr medizinisches Problem ist. Die Frau steht auf einer abgemähten Wiese. Sie macht Dehnübungen neben einem großen Heuballen. Die Wiese ist durch einen Holzzaun begrenzt. Eine Laterne mit einem Teelicht steht auf einem runden Holzbrett. Auf dem Holzbrett sind ein Tannenzapfen und eine brennende Kerze. Davor liegt ein Herz mit selbstgebackenen Plätzchen. Das Mädchen geht durch den herbstlichen Wald. Sie trägt eine warme, weiße Jacke. Sie hat einen Schal um ihren Hals und Ohrenschützer. In ihrer linken Hand hält sie mehrere herbstlich gefärbte Blätter. Der Hund liegt in der Küche neben seinem Fressnapf. Seine Schnauze liegt auf seiner Pfote. Er wartet auf Futter. Brennholz ist aufgestapelt. Am Brennholzstapel hängt eine Dartscheibe mit roten und gelben Dartpfeilen. Vor dem Holzstapel lehnt ein altes Wagenrad. Zwei Liegesessel stehen nebeneinander am Strand. Die Wellen erreichen die Sessel. An den Rückenlehnen der Sessel sind zwei Sonnenhüte befestigt. Zwei Kamele stehen auf einem Feld. Das Feld ist umzäunt. Sie warten am Tor auf ihre Fütterung. In einem dunklen Zimmer stehen ein kleiner, runder Tisch und ein Stuhl. Am Fenster hängt ein dunkler Vorhang. Auf dem Tisch steht ein Laptop. Neben dem Laptop liegen eine Maus und ein Smartphone. Der Elektriker installiert neue Steckdosen und Schalter. Er hat einen Schraubenzieher in seiner rechten Hand. Er schraubt die Steckdosen fest. Es liegt ein Stapel Geldscheine auf dem Tisch. Oben liegen Euroscheine. Darunter liegen Dollarscheine. Unter den Dollarscheinen liegt ein Überweisungsträger. Ein Mann taucht unter der Wasseroberfläche. Er hat einen Schnorchel im Mund. In seiner rechten Hand hat er ein Messer. Er schneidet Korallen von den Felsen ab. Der Hund schaut aus der Hundehütte heraus. Er liegt auf einer braunen Decke. Er trägt ein rot-schwarzes Halsband mit einem Anhänger. Seine Pfoten schauen aus der Tür heraus. Der Junge isst ein Sandwich mit Salat. Vor ihm liegt ein weiteres Sandwich auf einem Teller. Sein Vater isst Müsli aus einer Schale. Der Mann sitzt auf einem hellen Sofa. Er spielt Gitarre. Vor dem Sofa steht ein kleiner Tisch. Auf dem Tisch stehen ein Laptop und eine kleine Pflanze. Die Betriebsleiterin steht an einer Werkbank. Vor ihr liegen Baupläne. Sie hat einen Bleistift in ihrer rechten Hand. Sie schreibt Anmerkungen auf die Pläne. Ein Eierkarton in Plattenform liegt auf dem Stroh. Jemand sortiert Eier in den Karton. Fünf braune Eier und ein weißes Ei sind schon im Karton. Die Männer sind in einem Gasthaus. Zwei Männer sitzen an einem Holztisch und trinken Bier. Auf dem Tisch steht ein Teller mit Chips. Das Paar steht vor seinem Weihnachtsbaum und den Geschenkpaketen. Der Mann hält einen kleinen Weihnachtsstrumpf in seiner rechten Hand. Die Frau hält einen sehr großen Weihnachtsstrumpf in ihren Händen. Das Mädchen sitzt im Schrank. Sie hat ihre Katze im Arm. Neben ihr steht ein pinkfarbener Koffer. Über ihr hängen Kleidungsstücke an einer Kleiderstange. Ein lustiger Schneemann steht mit dem Rücken zum Abhang. Er trägt eine Weihnachtsmütze und eine Skibrille. Er hat einen Schal um seinen Hals. Eine Robbe sonnt sich auf einem Felsen. Am Strand liegen hunderte von Robben im Sand. Die Wellen sind hoch. Das Mädchen steht auf dem Balkon. Sie trägt ein gemustertes Kleid. Auf ihrem Rücken trägt sie einen hellblauen Rucksack. Das Kind umarmt den Baum. Der Baum hat dicke Äste. Es ist Herbst. Die Blätter sind braun. Es liegen viele Blätter auf der Erde. Die beiden Mädchen sitzen im Bett. Auf der Bettwäsche sind Tannenbäume und Rentiere. Die Mädchen haben die gleichen Kleider an. Sie haben braune Rentiergeweihe auf ihren Köpfen. Die Frau sitzt im Flughafen. Sie wartet auf den Abflug ihres Flugzeugs. Hinter ihr ist eine Tafel mit Abflugzeiten. Die Großeltern haben ihren Enkel zu Besuch. Sie sitzen auf einer Bank vor dem Haus. Der Enkel sitzt auf dem Schoß der Großmutter. Auf dem Brett liegt Spargel. Es sind unterschiedliche Sorten. Der Spargel ist lila, grün und weiß. Die Frau kommt aus einem Supermarkt. Sie schiebt den Einkaufswagen über den Parkplatz. Es stehen einige Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Die Person hält zwei Kürbisse in ihren Händen. Die Kürbisse haben Augen, Nase und Mund. Es sind Kerzen in den Kürbissen. Sie sind für Halloween. Die Frau legt ihre linke Hand auf ihr rechtes Knie. Ihre Fingernägel sind rot lackiert. Die Fingernägel haben einen goldfarbenen Rand. Der Fingernagel des Zeigefingers hat eine Applikation. Der Mann kommt aus dem Supermarkt. Er geht die breiten Treppen hinunter. In seiner rechten Hand trägt er vier Tragetaschen aus Papier. Der Handwerker kümmert sich um die Steckdosen. Er hat eine Bohrmaschine in seiner rechten Hand. Er trägt gelbe Handschuhe. Auf dem Boden liegen eine Kombizange und ein Schraubenzieher. Die Frau freut sich. In ihrer rechten Hand hält sie einen Strauß Blumen. In ihrer linken Hand hält sie ein Geschenkpaket. Die Blumen sind rote Rosen. Das Paket hat eine rosa Schleife. Die Frau bereitet eine Mahlzeit zu. Auf dem Holzbrett liegen zwei Möhren. Sie schneidet die Möhren mit einem großen Messer. Vor dem Holzbrett steht ein Topf mit Kräutern. Sie filmt ihre Tätigkeit mit einem Smartphone. Die Kinder sind in einem Sportcenter. Sie klettern über verschiedene Ebenen. Sie sind mit Gurten und Seilen gesichert. Beide tragen einen orangenen Helm. Das Paar sitzt in einem Straßencafé. Sie sitzen an einem runden Tisch. Sie trinken einen Cocktail. Auf dem Tisch liegen ein Smartphone und eine Sonnenbrille. Beide tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Das Paar ist in der Küche. Die Frau lehnt am Küchenschrank. Der Mann sitzt am Frühstückstisch. Er telefoniert. Auf dem Tisch stehen ein Glas Orangensaft, eine Tasse Kaffee und ein Croissant. Die Frau geht am Meer spazieren. Ihr Hund begleitet sie. Sie trägt ein weißes Shirt, eine weiße Hose und weiße Schuhe. Eine Welle läuft über den Strand. Die Eltern und ihr Sohn spielen mit dem Hund. Das Kind hält einen Ball hoch. Der Hund macht sich bereit, den Ball zu fangen. Sie feiern eine Party. Von der Decke rieselt buntes Konfetti. Das Mädchen im gelben T-Shirt hat einen Lolli in ihrer rechten Hand. Konfetti liegt auf ihren Haaren. Die Eltern sitzen auf dem Sofa. Ihre kleine Tochter kniet auf dem Boden. Sie holt einen Teddy aus einem Karton. Zwei Kartons stehen auf dem Sofa. Es sind Umzugskartons. Der Mann spielt mit seinen Hunden am Strand. Er kniet sich zu den Hunden hin. Die Hunde sitzen dicht beieinander. Sie warten auf ein Kommando. Der Mann steht in einem Foodtruck. Er gießt Kaffee in einen Plastikbecher. Vor dem Foodtruck steht ein Kunde. Er hält einen leeren Becher in seiner linken Hand. Die Frau steht in der Küche. Sie nimmt ihre Einkäufe aus einem Netz. In ihrer Hand hat sie Bananen. Auf der Küchenplatte liegen zwei Melonen. Eine Melone ist halb durchgeschnitten. Die Frau ist auf dem Flughafen. Sie zieht einen Koffer mit ihrer rechten Hand. In ihrer linken Hand hat sie mehrere Einkaufstaschen. Sie geht eine schiefe Ebene hinunter. Die Mutter ist mit ihren beiden Töchtern in der Küche. Sie backen gemeinsam einen Kuchen. Sie haben einen Schneebesen in ihren Händen. Mutter und Tochter sind in der Küche. Sie spülen das Geschirr. Die Tochter trocknet das Geschirr mit einem Geschirrtuch ab. Es ist ein sonniger Tag. Die Frau sitzt auf der Wiese. Die Sonne scheint in ihr Gesicht. Die Frau trägt einen Hut. Neben ihr steht eine braune Handtasche. Der Mann macht sportliche Übungen. Er sitzt auf dem Boden eines Balkons. Der Boden ist aus Holz. Der Junge ist in einem Gemüseladen. Er kauft einen Kohlkopf. Er hält den Kohlkopf mit beiden Händen. Der Mann ist gerade in die Wohnung eingezogen. Viele Kartons stehen auf dem Fußboden. Er trägt einen offenen Karton in seinen Händen. Er läuft barfuß. Auf dem grünen Teller steht ein Schokoladenkuchen. Der grüne Teller steht auf einem grünen Tuch. Der Kuchen hat eine weiße Glasur. Die Frau arbeitet in einer Eisdiele. Sie hat einen Portionierer in ihrer rechten Hand. Auf der Theke steht ein Eis im Hörnchen mit drei Kugeln. Der Mann sitzt im Rollstuhl. Die Waschmaschine ist offen. Er nimmt ein Kleidungsstück aus einem Korb. Er legt die Kleidung in die Waschmaschine. Zwei Männer arbeiten in einer Fabrik. Sie tragen grüne Warnwesten, Sicherheitshelme, Schutzbrillen und einen Mundschutz. Sie kontrollieren die Funktion einer Maschine. Der Mann steht vor dem Arbeitsamt. Er trägt ein weißes Hemd, einen blauen Anzug und eine Krawatte. Er sucht eine Arbeit. Der Klempner repariert die Dusche. Er trägt ein kariertes Hemd und eine Arbeitshose. Er befestigt eine Schraube mit einem Schraubendreher. Dieser Raum ist eine Kirche. Die Kirche ist gut beleuchtet. Rechts und links befinden sich Kirchenbänke. An der Decke hängt ein Projektor. Vorne steht eine Leinwand. Der Junge geht zu einer Feier. Er trägt ein weißes Hemd und eine Hose mit Hosenträgern. Er hat ein kleines Hütchen auf seinem Kopf. Sie spielt mit ihrem Hund im Schnee. Der Hund steht auf seinen Hinterbeinen. Er erwartet ein Leckerli aus ihrer Hand. Der Arbeiter steht auf einem Gerüst. Er hat ein grünes Metallteil in seinen Händen. Er baut das Gerüst vor einem Gebäude auf. Auf dem Holztisch stehen zwei Rentiere, ein Haus und ein Baum aus Porzellan. Die Rentiere haben Kränze um ihre Hälse. Im Hintergrund leuchten Lichterketten. Die beiden Frauen sind festlich angezogen. Sie wollen etwas feiern. Eine Frau hat zwei Gläser in ihren Händen. Die andere Frau hält eine Flasche Sekt. Die beiden Personen arbeiten in einer Schreinerei. Sie wollen ein Möbelstück bauen. Sie schauen nach einem passenden Design. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Zwei Personen essen. Auf einem Teller sind Brot, Gemüse und Fleisch. Auf dem anderen Teller ist ein Pfannkuchen mit Früchten und Sahne. Im Becher ist Kaffee. In der Tasse ist Tee. Zwei junge Personen stehen vor der Universität. Einer trägt einen blauen Rucksack und hält Bücher in seiner linken Hand. Der andere hat ein Notebook in seinen Händen. Um seinen Hals hängt ein weißer Kopfhörer. Sie würzt das Fleisch mit einer Gewürzmühle. Das Fleisch liegt auf einem Holzbrett. Vor dem Holzbrett liegt eine Knoblauchzehe. Sie sitzen im Bett. Vor ihnen liegt ein Tablett mit einem Geschenk. Sie freut sich über das Geschenk. Auf dem schwarzen Teller sind fünf Bratwürstchen. In der gelben Schüssel ist Kartoffelbrei. Daneben steht ein Glas Bier. Unter dem Kartoffelbrei steht ein Schüsselchen Senf. Über dem Kartoffelbrei steht ein Schüsselchen Ketchup. Der kleine Fuchs schaut hinter den Büschen hervor. Er ist ganz aufmerksam. Seine rote Zunge hängt aus seiner Schnauze. Er scannt die Kleidungsstücke auf der Stange. Sein Kollege zählt die Kleidungsstücke und schreibt die Anzahl auf. Drei Fußballspiele sind auf dem Fußballplatz. Sie tragen verschiedene Trikots. Der Mann im schwarz-weißen Trikot übt mit dem Fußball. Der Vater zeigt seinem Sohn ein Smartphone. Der Sohn zeigt mit einem Finger auf das Smartphone. Der Vater freut sich über das Interesse seines Sohnes. Sie sitzen mit mehreren Personen an einem Tisch und schmücken Lebkuchenhäuser. Sie dekorieren die Lebkuchenhäuser mit Zuckerstangen und Zuckerguss. Der kleine Junge sitzt auf einer Decke und spielt mit den Weihnachtskugeln. Er packt Kugeln mit unterschiedlichen Farben und in unterschiedlichen Größen aus und legt sie auf die Decke. Zwei Bergsteiger klettern einen steilen Berg hinauf. Sie sichern sich durch ein blaues Seil. Beide tragen einen Rucksack auf dem Rücken und haben Schutzhelme auf. Mehrere schön eingepackte Päckchen stehen auf dem Tisch. Die Päckchen sind dekoriert mit getrockneten Apfelsinenscheiben, einem silbernen Stern und einem goldenen Weihnachtsbaum aus Pappe. Eine rote und eine silberne Weihnachtskugel liegen auf der Tischdecke. Weitere weihnachtliche Gegenstände sieht man verschwommen im Hintergrund. Das Krokodil schwimmt im Wasser. Man kann direkt in sein rechtes großes Auge sehen. Das Wasser sieht grünlich aus. Auf dem Tisch liegt eine Dartscheibe. Eine Person hat einen roten Dartpfeil in ihrer Hand. Sie hält den Dartpfeil auf die Mitte der Dartscheibe. Der Mann macht Schreinerarbeiten. Er trägt schwarze Handschuhe. Zwei Bretter liegen auf einem schmalen Metalltisch. Er klemmt die Bretter mit einer Schraubzwinge zusammen. In dem Glas ist ein Schia-Nachtisch mit frischen Erdbeeren. Ein Löffel steckt im Glas. Minze liegt auf dem Glas und neben dem Glas. Die Reste vom Schia-Samen liegen auf der Tischdecke. Der Mann ist am Check-in eines Flughafens. In seiner rechten Hand hält er einen Bügel. Auf dem Bügel ist ein brauner Anzug und eine silberne Krawatte. Die Preisschilder hängen noch an der Kleidung. Ein Jogger läuft durch den Schnee. Er trägt eine rote Jacke, eine schwarze Mütze und einen Rucksack. Ein Mann und eine Frau laufen über einen unbefestigten Weg. Sie zeigt auf etwas, das vor ihnen liegt. Der Mann trägt einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und braune Lederschuhe. Er fährt mit einem Elektroroller über den Bürgersteig. Die Frau sitzt im Büro auf einem weißen Bürostuhl. Sie dreht sich zu ihrem Kollegen um. Ihre rechte Hand liegt auf der Maus. Ihr Mittelfinger ist grün lackiert. Drei Menschen sitzen an einem Schreibtisch und diskutieren. Vor einem Laptop liegen zwei Notizbücher. Darauf liegt eine Brille mit dunklem Rand. Das Kind sitzt in einer runden Schaukel. Es wirft die Hände in die Höhe und freut sich. Zwei Männer schaukeln das Kind. Die Frau ist in ihrem Garten. Sie schiebt eine Schubkarre. In der Schubkarre ist trockenes Gras. Der Junge steht vor dem Weihnachtsbaum. Er schmückt den Weihnachtsbaum. Am Baum sind lichte und farbige Kugeln. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann könnte ich den Kanal abonnierst. Vielen Dank.